Nein, 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 scheiße. Hallo und herzlich willkommen, oh warte kurz, ja doch, meine Aufnahme läuft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Multiplayer Games. Heute wieder mit Mika. Hallo. Wir spielen Minecraft Party und das sind ganz viele Winnie-Spiele und was wir da genau spielen, erklären wir dann noch während dem Video und jetzt geht's auch gleich los. Die haben echt keine Hobbys, die müssen ihre Aggressionen in Minecraft ausleben, voll bitter. Oder hätten das Winnie-Pooh. Ah, ich will zu Winnie-Pooh. Dann gehen wir jetzt zu Winnie-Pooh. Das, was wir jetzt unter uns sehen, ist... Oh, der Boden ist nicht da, sehr schön. Ja, das gehört hier so, weil wir sind gerade nicht am Spielen mit den anderen Spielen. Ach, der Boden fehlt, kann ich nicht, okay, gut. Nein, das ist Musical-Mine-Cards, was die gerade bei uns, äh, was die da unter uns spielen und zwar, ähm, ist das wie Reise nach Jerusalem, bloß, dass die halt hier durch die Gegend rennen und da kommt Musik und dann hört sie irgendwann auf und dann spawnen Mine-Cards und die, die sich halt reinsetzen, leben und die, die sich nicht reinsetzen, sterben. Oh, cool. Ich wurde gerade... So, jetzt. Jetzt läuft's wieder. Und dann versuchen sie sich immer rauszuprügeln noch, aber das ist... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ob man sich da rausprügeln kann. Wo sind die Mine-Cards? Oh, gar nicht, ganz normal. The music has stopped, okay. Hast du noch zwei Spieler am Leben oder drei? Ne, zwei nur noch, glaube ich. Oh, der ist einfach zu Staub zerfallen. Bitte. Puff. Oh, 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 das sieht eng für euch aus. Oh, ich hätte gedacht, dass der Rote es schafft. Das war bitter. Ja, ist schon hart. Oh, und ich hab ja jetzt auch mein Text-Repack. Jetzt können die Leute endlich mal sehen, wie wunderschön das alles aussieht. Äh, ich hab mein ehiges, mein ehiges Favorite gefunden. Da ist, da ist, da ist Peach. Ich will zu Peach, aber sie lassen mich nicht hochfliegen. Hm, man kann, darf die Höhe nicht verändern. Jetzt geht's los, jetzt dürfen wir auch spielen. Woo! Yay! Das war... Nicht gefallen. Oh, äh, one in the chamber. Du kannst ganz hoch, also du kannst relativ hoch springen und du musst versuchen, Leute mit, äh, einem Pfeil abzuschießen. Ah! Einen Pfeil oder mit einem Bogen? Achso. Pfeil und Bogen. Ich war ganz verblüht. Du hast auch einen Bogen, mit dem du den Pfeil dann abschießt. Ah! Da ist jemand getroffen, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich bleib einfach in Bewegung und versuche nicht umgebracht zu werden. Ich glaube, das ist Zielversprechen da. So, ich hab meinen Pfeil wieder. Wo ist der? Ah! Oh, verdammt. Ah! Oh Gott, da ist jemand... Okay, okay. Passt. Ich lebe noch. Scheiße! Ich glaube, ich bewege mich gerade viel zu hektisch für die Aufnahme. Ich renne hier gerade so rum und versuche panisch nicht getroffen zu werden. Ah, you were eliminated by... Bei wem? Bei La Jepha. La Jepha, den kenne ich. Der ist voll grünt. Also La Jepha, wenn du das hier siehst, ne, dann... Hassen wir dich auf ewig. Wir werden... Ich werde dich finden. Und rächen. Oh, der bewegt sich nicht. Ah! Ich war so voll konzentriert und ich hab voll vergessen, dass wir aufgenommen haben. Ich wollte ihn abschießen und dann hat mich irgendjemand anders abgeschossen. Weil man muss halt da immer in Bewegung spielen. Oh, da schreibt gerade Playlike126 für das Deutschreich. Ja, genau. Du weißt schon, dass es Deutsche heißt. Also... Schlaue Leute heutzutage, was geht bei denen? Es leben noch zwei. Hoffentlich treffen sie sich recht bald, sonst dürfen wir eine Weile lang warten. Oh, sie sind schon beide nebeneinander. Oh, GG. Zehnter Platz. Ich bin 18. Uh, genau. Dein Alter. Oh, das ist das Spiel, in dem du die Hühnchen töten musst. Aber du musst die Hühnchen treffen, bei denen plus 1 steht und nicht minus 50. Und Kühe bringen übrigens drei Punkte. Ah, ich bin... Ah! Yeah, ich hab meinen ersten Punkt. Ich hab den überhaupt nicht. Da. Oh, Gott, die Framerate in diesem Spiel ist ja grausam. Ne Kuh! Ne Kuh! Oh, Mist. Ich war zu langsam. Oh, wow. Meine Internetverbindung zu dir ist gerade super gut. Leute, die bei mir gucken, sollten mal bei Mika vorbeischauen, weil ich hab dich gerade überhaupt nicht verstanden. Schade. Okay, jetzt läufst du wieder. Oh, einen Punkt. Oh, ich bin sogar in der Liste drin. Oh, jetzt nicht mehr. Ne Kuh, ne Kuh. Siebzehnter Platz. 20. Ey, immerhin. Noch in den Top 20. Yay, mein Lieblingsspiel. Ich find das voll toll. Oh mein Gott, daran erinnere ich mich. Das hab ich doch mal auf irgendeinem anderen Server gesucht dann. Ja, weil das... Oh mein Gott, blau. Der Trick dabei ist übrigens, du kannst F5 drücken, dann siehst du auch, ob die Farbe eventuell hinter dir ist. Jetzt hab ich voll nicht aufgepasst. Bist du schon tot? Ja, ich hab voll nicht aufgepasst. Oh nein. Wie kannst du mich einfach zurücklassen? Blau. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich hab grad überwegt. Ich bin stehen geblieben mit F5. Und da ist mir angefallen, okay, F5, FN und dann auf F5 drücken, weil ich hier den Mac habe. Hm, ach so. Oh, Parcours. Das hast du verhasst. Das ist aber eine neue Version davon. Weil, übrigens Leute, falls ihr es nicht wisst, Minecraft Party hatte quasi so einen Relaunch. Weil davor war es ja irgendwie so, dass man nach einer Weile gar nicht mehr alle Spiele spielen konnte. Und was ich voll scheiß und asozial fand. Aber naja, jedem das seine. Und dann hab ich halt aufgehört, hier zu spielen. Och. 20. Platz einfach mal nur. Ich bin 36. Platz, hab ich zum Schweren. Das ging voll schnell vorbei. Ich weiß, wie das geht. Das Spiel kenn ich. Ich auch. Let's do this. Oh mein Gott, meine Framework ist gerade... Oh Gott, 10. 11. Entschuldigung. An meine Zuschauer. Oh, diese Bitch hat mir meinen Smaragden geklaut. Loot and disrespectful. The same. Weil Smaragden bringen nämlich drei Punkte übrigens. Oh. Na, dann will ich nicht. Ich bin so langsam im Wechseln. Ich glaub, damit verlier ich die meiste Zeit. Nein. Nein. Ich renne hier einfach durch die Gegend und versuch den Leuten... Die sind wieder zurückgeglischt. Ich halte. Ciao. 19. Platz übrigens. Ach, endlich wieder. Scheiße. Ich halte es nicht gerade. Endlich wieder eine flüssige Framerate. Oh, was ist das hier? Oh, man muss laufen und nicht auf die Nien-Dinger treten. Ah, verdammt. 27. Platz. Klingt immer so mega enttäuscht. Ja, 27. Ich glaub, nur 10 Leute sind hinter mir gewesen. Weil ich glaub, es sind... Ne, 42 sind gerade drin. 42. Die Antwort auf alles. Bei dem Spiel lösen sich unter dir die Wolle auf nach und nach. Und alle rennen hier irgendwie immer ganz schnell durch die Gegend. Aber ich hab mir irgendwie den Trick angewöhnt, einfach so lang stehen zu bleiben, bis das Geld wird und dann weiter zu gehen. Und bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert. Ja, du, ich war jetzt so ein 20-Start und ich war 23... Äh, mein 22 Leute hast du gesagt? Ich war 24-Start. Das war jetzt sehr gemein. Das ist bei mir einfach kaputt gegangen. Das war noch auf orange und hat Rot einfach mal übersprungen und ist gleich geplatzt. Gemeinheit. Diese Spiele sind alle voll laut. Dieses Klackern ist gerade irgendwie... 34. Platz. Ja, es schwäfft da. Gut. Was ist das aus, please? Oh. Du musst mit der Schaufel... Ich weiß. Ja, komm mit, Bitch. Ja, ich krieg dich. Ich krieg dich, wenn ich was mit dem Schneebeler fern. Für den Steinbuchs. Erstmal so ein paar Sachen sammeln. Oh, ich glaub hinter mir ist jemand. Hilfe! Bleib stehen, du Schuft! Scheiße! Ich hab nicht hinter mich geachtet. Schade, ich freu mich auf dich. Ich hab mich auf dieses Spiel gefreut, weil daran erhalte ich mich nicht. Die Karte ist bei mir so wunderbar geladen. Ja, das ist hier so. Wenn du so in der einen Ecke stehst, dann sieht die andere noch aus, als wäre sie überhaupt nicht kaputt. Bleib stehen! Ich hab mich so gefreut, weil ich hab das so gut... Ich hab das in Erinnerung, dass ich darin so gut war, aber irgendwie doch nicht. Oh, never mind. Da ist ein Buh, der ist voll süß. Schaut ihn euch an. Der ist süß. Total, herzerwärmend, du. Äh. Nord. Oh Gott, hat mich das gerade erschreckt. Irgendjemand hat mich... Ich muss gucken, ob hier irgendwo Peach ist. Ist Peach hier irgendwo? Ja, aber das ist Yoshi. Äh, war Luigi und Wario und Luigi... Toad ist auch okay, Toad ist auch okay. Yoshi ist auch da. Oh, Yoshi! Und Donkey Kong und Koopa. Wieso gibt es Donkey Kong? Peach ist viel cooler als Donkey Kong. Und warum sind hier drei von diesen Koopa-Leuten? Also nicht... Also ich weiß nicht, ob das Koopas sind, aber... Das ist ein Hammerbruder, glaub ich. Ah, Hammerbruder sollen das sein. Guck mal, man kann hinters Wasser gehen. Schick hier. Toll! Und da drüben ist da nicht Peach? Was hat der drüben gesagt? Es gibt sogar Knochen-Trocken. Und Bowser. Und diese Steine, die einen zermatschen können. Und die Bomben. Und was auch immer dieses lila Ding sein soll. Das lila Ding ist ein... Oh mein Gott, wie heißt denn der? Ich glaub... Hier ist ein Waluigi. Das eine ist ein... Wump? Heißt denn die Wump? Nee. Wow, kreativer Name. Ich renne Waluigi hinterher. Bleib still, Waluigi! Ja, das eine ist auf jeden Fall Steintock und das andere... Wie heißt denn das andere Ding? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal jetzt. Yay, 15. Platz. Oh. Und? Wie wurdest du? Oh. Wo bin ich? Oh nein. Ich seh nichts. In dem Spiel wurde ich letztes Mal erster. Ich hab voll geflasht. Ich vergesst dich. Äh, 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 mein Spoilbobs. Oh Gott. Stell das an. Diese Lautstärke, ich hör dich überhaupt nicht. Ich hör dich laut und drüber, weil ich... Ich hab das Lautstärke, aber ich seh. Scheiße, ich glaube, ich sollte meinen Sound leiser machen. Einer ist hinter mir. Einer ist hinter mir. Einer ist schlender. Ich bin halt übrigens auf dem dritten Platz. Ich weiß es gar nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ey, der Typ überholt mich einfach. Rude. Oh, verdammt. Jetzt hab ich an der Kurve zu lang gebraucht. Mist. Nein. Nein. Wir haben hier überhaupt... Wir haben hier überhaupt... Wir haben hier überhaupt... Wir haben hier überhaupt... Ja, ist das nicht irgendwie so Wario-irgendwas-Zeug? So diese Warios... Ah, drehen. Fünfter Platz. Damit bin ich zufrieden. Nö. Ich bin voll gesprungen. Wie viel der wurdest du? 37. Ah, Musical-Mine-Cats. Oh Gott. Ich muss rechtsklick drücken, oder? Ja. Oh, die Musik find ich gut. Ja, die ist echt cool. Oh Gott. Ah. Geh rein. Yes, ich sitze. Nein. 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 Das ist meine. Geh rein. Oh, du sagst sogar wirklich... Das war voll knapp, weil du kannst auch... Also, es ist nicht, bis alle sitzen, sondern du hast so eine... Nein. 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 Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab dich gesehen. Du saß so voll demonstrativ vor mir. Und hast mich so angelächelt. Voll... Nein. Ich bin anders. Nein. 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 Könnt ihr alle mal weggehen? Ich will einen schönen Selfie machen. Für meinen Thumbnail. Ich komm auch. Geht weeeeg. Also, du kannst auch hierher gucken, aber ich bin so... Geht weg. Los. Kusch. F2. Oh, jetzt ist der mitten durchs Bild gelatscht. Okay, jetzt hat's, glaub ich, funktioniert. Oh mein Gott. Ich hab's schon wieder getan. Ich hab einfach mitten in der Aufnahme angefangen, einen Apfel zu essen. Ich sollte mir das echt abgewöhnen. Ich hatte schon Hunger und der liegt genau neben mir. Und dann denk ich immer so, ach ja, ich muss ja grad eh nicht spielen. Und beiße mitten in den Apfel rein. Voll schlau. Put on your Sunday clothes. We're gonna ride through town. In one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's. And we'll close the town in a world. And we won't come home until we kiss a girl. We'll see you tomorrow. We'll see you tomorrow. Bye. Bis zum nächsten Mal.